Wir bleiben beim Thema, wechseln aber noch einmal die Perspektive. Natürlich sieht das Ganze von Paris aus noch ein wenig anders aus. Und dort beobachtet ARD-Korrespondent Matthias Wehrt diesen Tag. Und er hat natürlich auch diesen Vormittag verfolgt. Grundsätzlich, Herr Wehrt, müsste man einmal so eine kurze Bestandsaufnahme machen des Zustandes der deutsch-französischen Beziehungen. In welchem Zustand sind Sie? Sind Sie wirklich so prächtig, wie Sie heute uns dargestellt wurden? Ich würde einfach sagen, da ist man immer hin- und hergerissen, zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Da tritt im vorletzten Jahr so ein junger Präsidentschaftskandidat an und gewinnt in einer Zeit, wo große Europaskepsis und Europafeindlichkeit auch sogar herrschte, auch von diesen populistischen Kräften in beiden Ländern. Und der holt damit diese Präsidentschaftswahl. Er gewinnt und tritt direkt an und fordert ein gemeinsames Eintreten für Europa, fordert auch relativ schnell direkt in seiner Rede an der Universität Sorbonne einen neuen Élysée-Vertrag. Das heißt, er kommt mit einer ungeheuren Dynamik. Und dann merkt man eben, wie er in Deutschland wieder ausgebremst wird, wie großes Misstrauen herrscht, wie man Frau Merkel anspüren konnte bei Frau Merkel, dass sie immer glaubt, immer wenn Macron das Wort Reformen in den Mund nimmt, dann meint er in Wahrheit französische Interessen. So schienen die Überzeugung zu sein. Und bei Macron, und das war auch deutlich, hier in Frankreich herrschte entsprechend eine große Enttäuschung über dieses Verhalten von Deutschland. Und so ein bisschen hat man das ja heute auch nochmal gemerkt. Als Angela Merkel zu ihrer Rede antrat, hat sie direkt gleich am Anfang gesagt, es sei ein großer Schritt, dass man schon 16 Monate nach dem Angebot von Emmanuel Macron diesen Vertrag hat unterschreiben können. Da schwingt so ein bisschen das schlechte Gewissen mit. Das war schon zu spüren, finde ich jedenfalls. Okay, Matthias, wir haben sozusagen ein Pärchen, was uns hier Offensive und Defensive sozusagen mal darstellt, verkörpert in zwei Personen, in zwei Staatsführern. Aber wir können, glaube ich, nochmal an diesem Tag auch definieren, warum brauchen wir diesen neuen Vertrag? Der alte war ja nicht schlecht. Nee, der war überhaupt nicht schlecht. Aber wir waren ja komplett anders konstruiert. Der ist ja nun 56 Jahre alt. Er war die Folge von zwei miteinander gegeneinander geführten Weltkriegen zwischen Deutschland und Frankreich. Und man muss sagen, das war damals ein Vertrag, der so ein bisschen zurückblickte auf das, was geschehen war. Und in dieser Situation war da so etwas wie ein politisches Wunder. Das kann man nicht anders bezeichnen. Dass jemand wie de Gaulle, der noch davor gegen Hitler-Deutschland gekämpft hatte, als Widerstandskämpfer, nun hingeht und sagt, die Deutschen sind ein großes Volk, es ist ein freundschaftliches Volk und wir machen einen Freundschaftsvertrag. Das war natürlich eine ganz, ganz andere Situation als jetzt. Auch das Umfeld war ein anderes. In dem Vertrag damals war zum Beispiel von NATO und ähnlichen Dingen überhaupt noch nicht die Rede. Also von militärischer Kooperation, wie das jetzt in diesem neuen Vertrag geworden ist. Und er wurde ja auch zusätzlich noch der alte Élysée-Vertrag unter anderem vom deutschen Parlament ein bisschen torpediert, weil man die Sorge hatte, wenn die Deutschen und die Franzosen diesen bilateralen Vertrag schließen, dann würde man möglicherweise die USA und auch Großbritannien verärgern. Dann hat der Deutsche Bundestag darauf bestanden, dass noch eine Präambel dazu kommt. De Gaulle hat sauer reagiert damals, hat gesagt, dieser Vertrag ist schon tot, bevor er überhaupt in Kraft tritt. Da hat er sich geirrt, zum Glück. Also es ist dann eine Menge entstanden. Aber nach 56 Jahren und nach einem komplett veränderten Europa war es natürlich dringend notwendig, das der Geschichte und dem Verlauf anzupassen. Und nun, das ist jedenfalls mein Eindruck, hat man eher einen Vertrag, der nicht wie der Alte nach hinten blickt. Was ist da eigentlich gewesen und wie wollen wir das sozusagen verhindern, dass es wieder zu so etwas kommt, sondern einen Vertrag, der nach vorne guckt und der sagt, was können wir nun gemeinsam gestalten in einem Europa, aber auch die beiden Länder untereinander. Matthias Wert, ganz herzlichen Dank für Ihre Eindrücke. Heute hier bei uns die deutsch-französische Achse, sie lebt. Sie hat jetzt sozusagen heute durch diesen Aachener Vertrag einen neuen Impuls erhalten.